Hallo! Der D ist, was ich meine, einfach! Dieser Eier, Erik! Guten Tag, ich bin der Erik. Was ist los hier? Herzlich willkommen! So, läuft wieder! Geht! Schön, schön. Das neue Intro-Song. Haben wir vielleicht, also gerade bei Tobis Zuschauern, haben wir da vielleicht Leute, die gerne an Unterhosen riechen? Könnt ihr vielleicht schreiben, was euch da inspiriert? Alter, was was denn? Vier Ultraschall, sieben, unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Ich glaube, das ist irgendwas kirchliches. Kirchliches. Am neunten Biopsie, zehnte Paket an Marianne, schicken wir vierzehnte Termin beim Neurologen. Am sechzehnten ist Begräbnis um 12.30 Uhr. Nochmal ein Begräbnis. Am 18. Ultraschall. 22. Termin beim Neurochirurgen. 23. Begräbnis um 9 Uhr. Begräbnis um 11 Uhr. Also entweder wird der Vater partiell begraben. Mal ein Arm, mal ein Bein, mal ein Torso. Oder eventuell vielleicht auch Hobby-Begräbnisteilnehmer. Man weiß es nicht, so ein bisschen. Man braucht ja Hobbys. Ja, heute spiele ich mal ein Spiel, wo ich vielleicht Aufbaustrategie... Schluss damit! Ja? Jetzt, äh... Jetzt geht's richtig los. Heidewitzka! Was immer da grad passiert ist, ich hab keine Ahnung. Wir haben ja, äh, in Japan, ne? Jedes Mal in Japan suchen wir immer nach nem Schlüpferautomaten. Ich hab noch nie einen gesehen. Ich würde wahnsinnig gerne, das war eigentlich die Idee, wir wollten eigentlich nen Schlüpfer ziehen in Japan, in diesem besagten Automaten, die es angeblich geben soll, aber klischee-mäßig. Aber nie einen gefunden. Und dann wollten wir dir einen mitbringen. Ja, das war genau das richtige Geräusch dafür, Toben. Ich hätte mich nicht mehr über ein Geschenk gefreut. Über einen anderen. Das ist der Shit, den ich brauche. Ja, ja, Tobi, ja. Und weil ich immer, wenn ich zu irgend so einem Amt muss, das so gemacht habe, dass ich wirklich immer... Du musst halt immer früh hin. Ja, wir haben von 8 bis 8.10 Uhr offen. Bitte kommen Sie ne halbe Stunde vorher. Und, äh, dann hab ich das immer so gemacht, dass ich immer die Nacht durchgemacht habe, damit ich pünktlich da hinkomme. Ich musste immer auf meinen ganzen letzten Fotos, auch schon vorher, ähm, ich hab immer die Nacht durchgemacht, und muss mich in diesem bekloppten Automaten beim Amt setzen. Und das Foto... Es ist egal, wie wunderschön du aussiehst. Du kannst dich noch zurecht machen. Make-up, Instagram... Oh, toll. Und, äh, aber in diesem komischen Foto-Automaten siehst du hinterher immer aus wie... Immer. Wirklich immer. Uff. Ich weiß nicht, was die mit den Automaten machen. Ich hab keine Ahnung. Das ist das Gegenteil von diesen japanischen Puri-Kura-Automaten, wo du immer süß aussiehst, weißt du? Das ist das Gegenteil davon. Du siehst immer aus wie der letzte Honk. Einfach so... So... George Clooney geht da rein und sieht aus wie... Ich darf keine Namen nennen, sonst brennt Twitter. Aufm Markt fragt... Guten Morgen! Morgen! Was? Was denn? Danke, dass ihr mich... Ich bin froh, dass Autos so fähige Hilfe finden konnte. Ja... Ja komm, wir machen heute mal Valhalla als Keyword. Das ist okay. Ich... Das ist nicht originell, aber... Machen wir Valhalla als Keyword einfach. Bam. So, warte. Nein, Leute, nein, nein, so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Leute, nein, so funktioniert es nicht. Leute, nein, so geht das nicht. So geht das nicht. Leute, nein. Nein, aus, Leute, so geht das nicht. So geht das nicht. Nein, Leute, das ist falsch. Ihr macht es 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 falsch. Wer es jetzt immer noch schreibt, dem ist nicht mehr zu helfen. Maria, tut mir leid, dir ist nicht zu helfen. Cross ist nicht zu helfen. Äh... Was ist da los? Ich habe von Vsauce ein Video gesehen über Zeitempfinden. König der Löwen. Wer von euch erinnert sich noch an König der Löwen? Und jetzt kommen wir zum Thema Zeitempfinden. König der Löwen ist näher an der Mondlandung, als am heutigen Tag. Da, wo wir bei Vsauce geguckt. Ja, das habe ich erwähnt, als ich sagte, dass ich bei Vsauce ein Video gesehen habe. So, du warst bei der Pan und hast geknutscht. Was? Habe ich überhaupt nicht. Ja. Was machst du denn gerade Schönes? Oh, Entschuldigung. Ja, was machst du denn gerade Schönes? Oh, ich habe das Leben gerade. Juhu Scheiße. Hat das jemand geklippt? Ja, ich hoffe nicht. Nope. So. Gut. Gut, gut, gut. 59 Meter noch. Jetzt kann ich auch zu Fuß gehen. Für die Athletik-Punkte. Bekommen. Ähm. Ja, dann gehe ich mal zu Fuß. Aber die krepieren ja alle hier. Es sind sogar sechs Wohnungen frei jetzt. Vorhin hatte ich noch Homeless-Leute. Jetzt sind sechs Wohnungen frei, weil alle auf Old-Age krepieren. Ich habe viel mehr Leute verloren inzwischen, als ich damals gewonnen hatte. Und jetzt, äh, naja. Mal gucken. Na gut, aber man kann ja auch hungrig Sex haben, Erik. Meinst du, äh, eat dick oder was? Das hast du jetzt gesagt, aber, ne? Die können sich ja trotzdem doch vermehren. Oh, ich habe so viel Hunger. Mir wäre jetzt auch eine Fleischwurst recht. War, alter I. Die Knorpel oder was? Die gute grobe Block. So, kennst du meine Cartoon-Figuren, wenn sie alles in so Hähnchen verwandelt? Oh, hier laufen die ersten Hungrigen schon rum. Arbeitsmoral in diesem Dorf ist eher fragwürdig. Ich, ich meine, ich steh grad da hinten. Essen Steele. Ich steh grad, ich muss da hinten grad ein Haus bauen. Ja, wow. Bist du mal aufgestanden für ne Sekunde. Wow. Wow. Genius. Die Falmer. Es gibt Berichte, dass sie nachts Leute angreifen. Ah. Ah, ich guck mich, ich guck mich erstmal an. Ausgezeichnet. Zeig keine Gnade. Hi, hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder mit wichtigen Lebenstipps aus meiner WG. Heute lernen wir, wie man das Mindesthaltbarkeitsdatum von Eiern korrekt abschätzen kann, ja? Ja, mhm, 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 mhm. So. So. Oh nein. Und heute ist der letzte Tag, in dem wir natürlich in diesem Monat den Stream supporten können. Und ich hab mir gedacht, wenn wir heute... 5.000. Ich muss kurz mal was ausmachen. Scheiße. Ich erklär's gleich. 200 Subs erreichen. Machen wir höchstwahrscheinlich am Freitag in Frühjahr. Ich flimm aus! Ich hatte für die Aufnahme gerade... Paaren Stream auf dem Arbeitsrechner pausiert. Und jetzt hat ihr aber den Dennis geradet. Den Mafuyu. Und da ging der Stream dann weiter. Und ich hör den bei mir auf den Ohren. Ihr habt den nicht in der Aufnahme, zum Glück. Aber ich hör den bei mir in den Ohren. Und das ist, äh... So. Ich habe ein Geschenk für euch, Papa. Ich hoffe, es gefällt euch. Wahrscheinlich nicht. Aschengrasschote. Wo hast denn das her? Warst du... Warst du etwa in Soll... Oh Gott. What a mess. Ich wollte nur mal kurz... Sekunde. Kramplätze müssen... Verdichtet sein. Richtig. Gib uns Stuhl. Du weißt schon, was du gerade geschrieben hast, ne? Hast du auch seltsame Hobbys. Beispielsweise die Hände an die Nippel kleben und brüllen wie ein T-Rex. Was ist mit seinem Bein los? Sehr sportlich. Auch im Tod. Never skip Lag Day. So. Hier steige ich mal aus. Wir können aber bestimmt auch so hin, ne? Ach. Was war das denn? Ähm. 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 Vielleicht ist das Spiel aber auch wirklich so drauf ausgelegt, dass du wirklich auch viel mit Trading arbeiten musst, ne? Das könnte schon gut sein. Alter Tobi. Tobi. People are dying left and right. People are dying left and right. Suddenly someone asked us to consider eating the corpses for survival. Will you allow cannibalism? Alter Tobi! Kannibalismus! Was? Ich mach Kannibalismus Tobi! Besuch uns doch, besuch uns mal hier im Saarland Tobi. Ich brauch ne Mauer und meine scheiß Insel. Kannibalismus! Ich mach das jetzt aktiv. Alter. Okay. Alles klar. Statt lustigem Brottag. Kannibalismus! Bruder Jakob. Bruder Jakob. Bruder Jakob. Bumms sich durchs Dorf. Du Dreckigen, kümmer dich um die Schweine. Ohhhhhhhhhh. Äh. Ohhhh. Ja, ja Lydia, du sagst es. Eier essen oder Hühner halten? Soll ich mich den ganzen Tag hinstellen und einen Huhn halten? Würde mich auf Dauer belasten, wenn ich ehrlich bin. Spätestens beim Schlafen gehen würde mich das nerven. Läuft. Das hier eingeben. Da gewinnen. Jede Stunde. Nur einmal eintragen reicht. Im Chat bleiben leider Voraussetzung. Ähm. So. Leute, ihr sollt nicht 2021 in den Chat eingeben. Da steht, was ihr eingeben sollt. Leute, Leute. Leute, es ist 2021, ihr seid doch jetzt alle gebildet. Ihr seid doch gebildet, oder? Seid ihr gebildet? Ich find's toll, dass ihr vier Zahlen schreiben könnt. Aber das ist nicht, wie es funktioniert. Heute schreiben die 2021 in den Chat. Und morgen rennen die zum Kapitol. Sie sagen, dass sie den Tag froh machen wird. Weil sie die Wahrheit erkannt haben. ihihhh ihihihhh ist das Tip sought, Klaus oder wat? ach jetzt geht was ist mit der Hand? ähm ich kann die Granate nicht los lassen Hilfe Hilfe Wankt der gerade Ich kann auch keine Granate mehr werfen, nie wieder Hilfe Boah, ich bin gerade geistig einfach grützig Ich brauche ein bisschen mehr Schlaf Ja, mach mal Ja, aber mit wem denn, Tobi? Ja, rufe halt an Na gut Komm rum Tobi, komm rum, ihr habt eine Not Mein Sackerl explodiert gleich Das Schwein da hinten Das Schwein sieht aus wie ein Bild Das sieht aus wie ein Bild an der Wand Hä? Ich würde es mir aufhängen Voll der holographische Effekt, voll nice Hallo Küki Hallo Küki, Mann So, ihr Lieben Kommt gut nach Hause, schlaft schön Vielen Dank für heute Es war sehr entspannt, es war echt schön Es war wirklich schön Medieval muss ich auch nochmal schneiden Ich weiß gar nicht, wie lange wir da noch Folgen haben Aber ich glaube, da müsst ihr langsam auch mal schneiden Und hätte ich Bock, nächsten Montag nicht weiter zu spielen Aber Lasst es mal nächsten Montag werden So, ihr Lieben Küsschen Geht wieder raus Lasst euch knutschen Kommt gut nach Hause Und das Lied ist ja auch schon alle Guck mal Wunderbar Oh, das war hier Warte mal, es kommt als nächstes Lied Ich bin nur neugierig Warte kurz, warte kurz Komische Playlist Ich gebe euch Deckung Du musst jetzt nicht sagen Ist das ein Amulett von Mara? Hey Lulu Weißt du Der Krieg hat mich darüber nach Ich bin direkt hinter euch Der Krieg hat mich darüber nachdenken lassen Wie kurz unsere Zeit auf diesem Planeten eigentlich ist Und ich hab mir Ich hab gedacht Ich bin so einsam Ich habe mir halt gedacht Liebste Lydia So hab ich mir gedacht Ach ja Ich habe mir gedacht Da hab ich mir Ja Ja Da mal los Ist das ne Aufforderung? Liebste Also Ich bin direkt hinter euch Ja, aber Jetzt warten doch mal Das wird immer romantischer hier gerade Der Krieg hat mich überlegen lassen Dass meine Lebenszeit ja doch begrenzt ist Und wir könnten hier alle jederzeit sterben Und Ich gebe euch Deckung Ja, ja Ich will euch auch decken Ist das ein Amulett von Mara? Ja Ich bin überrascht Dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist Seid ihr etwa An mir interessiert? Lydia Nun, ja Warum denn auch nicht? Und Habt ihr Interesse an mir? Ja 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 Lydia Das habe ich Dann ist es abgemacht Wenn das Leben in Himmelsrand auch kurz sein kann So haben wir doch wenigstens einander Genau das habe ich gedacht Als würde sie meine Gedanken lesen Lydia Ich rufe deinen Namen Lydia Seid ihr bereit Durch das Band der Liebe vereint zu werden Jetzt und bis in alle Ewigkeit Ich will Für immer und ewig Ach Lydia Seid ihr bereit Durch das Band der Liebe vereint zu werden Jetzt und bis in alle Ewigkeit Aufhören Ich kann das einfach Ich will Für immer und ewig Unter der Obhut von Mara Der Göttin der Liebe Erkläre ich dieses Paar hiermit Für vermählt Wir sind verheiratet Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden Wo wir leben wollen Nicht wahr? Ihr könnt natürlich bei mir einziehen Oh aber Ihr habt Kinder nicht wahr? Da ist Wir werden ein Haus mit ausreichend Platz für sie finden müssen Lydia Du ähm Wir könnten in meinem Haus in Weißlauf wohnen Unser neues Heim Wir sehen uns dort Ja Es ist Tradition Es ist einfach so Das Haus aus dem Lydia Komm Das ist Gut Danke Mara Danke für die Gaben Mit denen du mich gesegnet hast Die Leibesfrüchte Und Lieb Und Dankeschön Die Leibesfrüchte So Bretone Dunkelelf Waldelf Oh Gott Rot war nur Okay Muss mal ganz kurz Nord Ich bin da Nord Ich bin da Nord Okay Entschuldigung Nach unten schauen Oh Gott Ja Ja das ist Nach links schauen Oh Eine heiße Frau Auf 9 Uhr Für die Hochzeit Meine ich Großes A Ich meine Was war denn A Ja und dann habe ich gesagt Ja FaceTime Animation Wäre nice bei Gesprächen Ja Okay Links Zwinkern Mit so einem Fleischaugenlied Blub Gefällt das Ein halbes Schnitzel runter Blub So Ist nicht witzig Das ist eine ganz Ernstzunehmende Krankheit feminats Und sind